Hey Nico, guck mal, da sitzt deine Schwiegermutter. Ich glaube, es wird dreckig heute. Ich dachte schon, ich komme nicht, ne? Hochzeit, Finale, mehr geht nicht. Oh, you're a hot shot, oh, you're a hot shot. Oh, you're like a girl, oh, you're like a girl. Danke für die tollen Geschenke, das bedeutet uns viel. Hoch die Taten auf euch, auf uns, auf Love Island! Geil! Hier, hast du? Ja. Okay, komm. Ich war eine lange Reise und dass dann noch genau meine Traumfrau dabei ist, habe ich auf jeden Fall komplett weggeflasht. Ich habe mich komplett aufs Handy eingelassen, ich habe mich ihr geöffnet und ich finde, dass wir uns sehr schnell sehr positiv entwickelt haben und von daher denke ich, ist es legitim, dass wir heute im Finale stehen. Leonie ist auf jeden Fall die Richtige, das bereue ich nicht eine Sekunde. Ich würde mich freuen, wenn wir das gewinnen und ich glaube, unsere Chancen stehen ganz gut. Herzlich willkommen im Finale von Love Island! Einige! Einige! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Das ist so cool! Das war so cool! Ja, hi! Einige! Du. Na, nach. Das war nicht so cool.